Ja, ich grüße alle Battlefield-Freunde direkt vom Schlachtfeld. Wir versuchen jetzt noch mal weiter die Pistole zu pushen als Pionier mit der M9 und Hauptwaffe PP2000 auf Hainan Resort Vorherrschaft. Ich muss dabei ja natürlich mal so ein gesundes Maß finden, denn nur ausschließlich die Waffe zu benutzen ist nicht so zu empfehlen. Habe ich schon mal gemacht. Das läuft dann eher nicht ganz so spährauschend, aber na gut, ist ja klar. Muss einfach ein gutes Maß finden. Wenn es sich anbietet, die Waffe wechseln. Das mache ich sonst auch immer zu wenig. Und bis zur M1911 ist es ja noch ein weiter Weg. Problem ist ja auch, also Problem in Anführungszeichen oder sagen wir mal ein kleines Problem, gelegliches Problem, weil man ja jetzt auf R2 schießt und da ist das mit dem Triggern manchmal nicht ganz so günstig. Oh, vielleicht sogar Multikill. Hey, was wollt ihr denn hier? Wow, da kann man meist gelegentlich mal nicht so viel feuern, wie man das eigentlich möchte. Was ist ja nicht los? Zumindest habe ich mal ab und zu das Problem, dass es dann eher zum Tod, also für den Kill, zum Gegner gereicht, für den Gegner gereicht hat. Da für mich, weil ich nicht ausreichend schießen konnte. Oh, komm nur her. Scheiße, wo kommt der denn her? Aber gut, wir versuchen unser Glück, möglichst viel die Pistole zu benutzen. Ja, ist klar. Ich habe wieder einen Visier und schon bist du wieder tot. Das ist auch so ein kleines Todesurteil. Habe ich jemanden im Visier, dann dauert es nicht lange. Steht direkt einer hinter mir, neben mir, über mir, unter mir und hat mich vorher erledigt. Das passiert so häufig. Also das ist ja ein Schlitter-Move gewesen. Mal sehen, ob ich das vielleicht mal demonstrieren kann, hier mit dem... Ne, jetzt hat es geklappt. Jetzt konnte ich... ...schnell hier dann weg to riggern und dann hatte ich ihn auch. Aber manchmal hakt es halt ein bisschen. Nicht so schön, aber muss man mit leben. Achso, was ist hier eigentlich los? Oh, siehst du, ist die Fahne. Neutralisiert. Eigentlich nicht uns. Wir haben gerade die Amtronen übereinstert. Wir haben gerade die Amtronen übereinstert. Achso. Wir haben gerade die Amtronen übereinstert. Achso. Ach, schade. Sehr gut. Uh, fast noch reingerannt. Oder bin ich ja eigentlich. Nur Hilfe. Ich könnte ein bisschen Munition vertragen, jo Leute. Aber es ist auch aufgefallen, dass... ...habe ich nicht einen erwischt? Das gibt's doch nicht. Na ja, dass ich löst wenigstens mein Munitionsproblem. Oh, Hilfe zählt ja als Kill noch. Ach, scheiße. Das war nix mehr mit der Gun. Aber die beiden vorher hatte ich ja. Ja, was Support angeht, ist so ein bisschen mau. Also... Entweder laufen hier keine Versorger rum. Oder ich erwische einfach nie welche. Jetzt hab ich's gleich. Oh, ein bisschen zickzacke. Na, hat er natürlich doch noch. Vielleicht hätte ich mich lieber umdrehen sollen. Oh, wo bin ich denn jetzt? Oh, alle gerade... Alle Ziele gerade uns. Ach, jetzt bleib ich wieder hier hinterhängen, ey. Ey, diese blöde Fahne ist direkt in meinem Gesicht, ey. Das gibt's doch nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ja wieder eine Leistung. Jo, aber ich hab ihn auch. Ja, wiederbelebt worden und schon ist er wieder tot. Das kenn ich nur zu gut. Oh, hier wird's heiß. - Oh Mann. Oh, Mann. So, bin ich da wieder reingeraten. Ja, wie immer. Das ist auch so ein Ding hier, wenn du wieder dahin gespawnt wirst, wo du direkt, ohne irgendwas gegen machen zu können, gekillt wirst. Das liebe ich ja auch ganz besonders. So, und verlieren werden wir die Runde auch schon wieder. Ja, jawohl. Ghost Ring. Ah, Mist. Gleich mal ausrüsten. Nochmal eben, mal gucken. Ja, komm, lass mich. Ghost Ring. Das ist die schnellere Zielerfassung. Ja, das ist immer gut. Hier können wir eine Lampe dran schrauben, aber nein. Nein. Nee, auch nicht. So, rein hier. Einsatzziel Charlie wurde neutralisiert. Jo. Hilfe. Einsatzziel Charlie ist gestruttet unter Unterkontrolle. Oh, die nächste Waffe ist freigeschaltet. Das geht's doch einfach nicht. Jetzt habe ich gerade den Ghost Ring. Na, ist ja egal. Ich kann die auch weiter behalten. Heißt ja nicht, dass ich sie wechseln muss. Mal gucken, was passiert. Ja, nichts. Und schon wieder nichts. So, jetzt ist es sowieso gleich nicht geschehen. So, jetzt ist es schon vorbei. Jo, verloren. Aber ein bisschen was für die Gun getan. Gleich mal gucken, wie vielen. Sieben Kopftreffer. Was macht er denn da jetzt? Jo. Da haben wir dir auch die neue freigeschaltet. Da haben wir die sogar noch einen Levelaufstieg. Jo, Level haben wir auch noch erhöht. 23 jetzt. Und ein bisschen Boost. Ich habe gerade wieder einen 25% Boost laufen. Oh, ich bin da sogar erster. 17, 13. Jo, das war's dann für diese Runde. Und wir hören uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr so wollt. Bis dahin. 19, 13. Ja, wir hören uns. Dann bin ich. Daимся! Dann sind wir unbedingt... Betty. Da mism iTxt. Da어서 Ihre searchneln. Vonai experience. Ich bin miretera.